Hey Leute, ich bin's, Estika von Schalk den Kumpel und ja, da sind wir wieder mit Let's Play Super Mario 3D Land, ah, World, lol, nee, Land war natürlich der Vorgänger, aber wir spielen den Nachfolger. Und mir ist aufgefallen, wir haben ein bisschen was vergessen, sowohl in Welt 3 als auch in Welt 4 und das holen wir jetzt nach. Wir haben in Welt 4 diese Röhre vergessen, die bringt uns zu einem Gegner und wie es aussieht auch nachher noch zu einem Level, also gucken wir mal, was uns da erwartet. Also mal Firebrother Battle. Das bringt uns auch einen Stern und natürlich für 100% muss alles gemacht werden. Wow, 100 Sekunden, warum, aha. Ja, ich hab jetzt hier, hallo, der hat sich mal selbst gekippt, hallo, are you kidding me? So. Ja. Schwierigkeitsmäßig halt immer noch lame, aber naja. Geschafft, so. Ja, nenn es nicht Level, das war eher so Spaß. So, nix ist. Was eröffnet uns dieser Firebrother? Ach so, so ein Stempel Schenkhaus. Ich nenne es mal Stempel Schenkhaus, ehrlich gesagt, weil es einfach, du gehst da rein, nimmst den Stempel, da siehst du. Hä, lol. Da siehst du einen wunderschönen Pixel Luigi und dann gehst du heim und das war dieses Level in großen Anführungszeichen. Pass, so. So, damit haben wir Welt 4 jetzt mal 100% abgehakt. Übrigens, wir haben einen Stern vergessen in Welt 4, den hab ich euch nicht reingeschnitten, den hab ich vergessen, der kommt aber in diesen Part dann rein. So. Und in Welt 3, glaube ich, haben wir auch noch was vergessen. Ich muss kurz gucken. Ja, genau. Wir haben nämlich ein ganzes Captain Toad Level vergessen. Wie konnte das passieren? Naja, wir haben diese abgelegene Röhre hier vergessen. Und die bringt uns natürlich zum Captain Toad Level. Also, let's go. Captain Toad und der geheimnisvolle See. Oh, nice. Was ist das denn? Hammerhai? Okay. Dann lasst uns mal gucken. Okay, mischen. Ja, das scheint schon ein bisschen anspruchsvoller jetzt zu werden. Achtung. Nicht übertreiben. So. Okay, springen kann er ja nicht. Was denke ich? Wow, aufpassen. Erstmal Übersicht geschaffen. Okay. Ah, nichts riskieren. Nichts unnötig machen. Okay. Ah, Moment. Hier gibt's nämlich einen Pilz, wie's aussieht. Für was das? Achso, for nothing. Ja, ist auch okay. Okay, was bringst du mir denn? Ich komm hier. Achso. A star right away. So, zurück. Dann bitte hier rauf. Und was gibt es hier denn? Ah, ich find die Mucke geil. Generell find ich diese Level geil, weil sie sehr innovativ sind. Entweder ich lass... Ja, normalerweise müsste man sich... Kann ich... Hier kann ich noch nichts machen. Naja, dann muss ich mich doch hier fallen lassen. Okay. Ganz langsam. Das ist ein bisschen schmal. Achso, und dann fallen wir hier rein. Okay, ja. Und das bringt uns hier oben rauf. Ah, okay. Und jetzt einfach mal... Bam. Das macht folgendes. Sollte mich jetzt verführen lassen, da runter zu fallen. Machen wir aber nicht. Ja, genau. Denn jetzt ist das möglich. Einfach geil, wie dieses Level durchdacht ist. Einfach geil. Ich mag das, wenn wirklich hinter Levelen Ideen gesteckt wurden. Und zack. Ja. Passables, nicest Level. Schwierigkeitsmäßig. Ja, jetzt nicht das Ultimative, aber trotzdem. Aber jetzt haben wir bis jetzt, dann bis dort, wo wir aufgehört haben, alles zu 100% und können jetzt in aller Ruhe weitermachen. Erstmal die Sterne aufs Konto. Bam. Ich gucke sicherheitshalber nochmal. Vielleicht haben wir da was vergessen. Ach, nee. In Welt 1 wollen wir nicht. Hier. Da haben wir alles. Jetzt haben wir auch alles. Haben wir auch alles. Na. Jetzt haben wir auch alles. Ja, hier fehlt eine Flagge. Die können wir aber so oder so. Die werde ich dann, die Flaggen, die ich vergessen habe, schneide ich euch nicht rein, weil ich meine, das ist, glaube ich, klar. Das muss man nicht reinschneiden, glaube ich. Nur die Sterne und die Stempel. Wow. So, wo waren wir denn? Genau hier. Welt 5.3. Hektik im Hinterhof. Mal gucken, was uns hier erwartet. Moment. Wow. Machen wir mal wieder mit dem Allrounder ein bisschen. Mit dem haben wir schon länger nicht mehr. Mit Mario. Okay. Oh, 100 Sekunden. Jetzt gehen sie mal ein bisschen auf Zeitdruck. Oh, geil. Seht ihr das? Blaue Lava. Nice. Das sind doch sicher so asozial im Verstecken hinten was, oder? Nee? Schade. Dann war es jetzt vor eine goldene Zeit. Damn it. Okay, rüber. Oh, shit. Ich glaube, die spielen das ja jetzt auf was? Vier? Vier? Ah, ich sehe es. Warte. Damn it. Ich dachte... Oh, ah. Schneiden. Oh, fuck. Glück gehabt. Okay, wir haben die vier. Oh, das wird zeitlich aber gar nicht so sch... Oh, holy shit. Okay. Oh, jetzt haben wir... Oh. Ja. Was war das? Oh, ja. Es war mal auf jeden Fall ein verdammt kurzes Level. Da habe ich das vorausgenommen. Ich muss es nochmal machen. Und da es so kurz war, können wir es auch jetzt gleich machen. Müssen wir nicht reinsteinen. Ich habe mir das Level gar nicht fast gesehen, so kurz war es. Also ich würde doch sagen, das machen wir nochmal. Das bringt uns zu einer Röhre, das ist aber nur ein Toad House und dann zu einem Boss zum Chuck. Aber zuerst nochmal rein hier. Wir haben nämlich den Stempel und den Sternen, weil ich gedacht habe, es wird doch ein bisschen hektisch. Dabei ist das Level eh so kurz. Da bin ich nicht der Fan von, wenn man die Levels so kurz dann macht. Wo könnte man... Ah, ja. Ich habe es schon gesehen. Habt ihr es gesehen? Ganz hinten war ein Toad-Knopf. Also müssen wir das Ganze mit Toad angehen. Also tut mir leid, Mario, aber die Entwickler wollen dich in diesem Level nicht. Dann nehmen wir halt den Master Toad. Aber die blaue Lava sieht auch nice aus, muss man sagen. Ja, ja. Ja, grafisch ist das Spiel, wie gesagt. Einfach geil. So. Brauchen wir da eigentlich nur... Ich will auch wissen, wo der Stempel ist, ehrlich gesagt. Wow, fast. Ich sammle jetzt sicherheitshalber nochmal alle... Ich habe so das Gefühl, dass der da was damit zu tun hat. Nee? Seriously, nicht? Na dann halt nicht. Ich habe so etwas... Oh, nice. Okay. Stempel. Aber Stern nicht. Wo ist der Stempel, meine Lieben? Ah, der Stern meine ich nicht, der Stempel. Was ist das? Ach, komm. Aber nette Idee, muss man ihn lassen. Also das... Die war ja mal neu. Okay. Abkürzung, bitte, danke. Oh, jetzt wird es dann eng. Toad, make it fast. Und irgendwie... Ach, fuck. Da muss ich hier auch nochmal die goldene Flagge holen. Aber no trouble. Das Wichtigste haben wir gefunden. Also ich glaube, wenn man alles auf einmal in diesem Level sammeln möchte, dann wird es dann doch ein bisschen eng. Ha, geil, das Bild. Ja, also dann könnte es doch eng werden. So, ähm, was wollen wir in diesem Part ansprechen? Ich möchte die Direct vom 18. als von gestern ansprechen. Also, naja, von vorgestern, weil ich schätze mal, dass wir morgen online kommen. Warum? Die Direct hat wieder ein paar Parts von Super Mario... Ja, was rede ich? Von Mario Kart 8 gezeigt. Von einem Spin-Off von Zelda, ähm... Ra... Harry... Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich befasse... Oh, was ist das denn jetzt? Random Shit hier. Moment, ich muss mich ein bisschen konzentraten. Ja, irgend so... Wie soll man es sagen? So ein Spin-Off von Zelda, Raul Heroes oder so in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau, sorry. Ich weiß, super vorbereitet. Äh, einen Retro-Remix, wo man verschiedene Stages von Spielen, spielen kann. Kann man im eShop runterladen. Ein bisschen mehr Info über Super Smash Brothers. Da ist jetzt Rosalina dabei. Und alle solche kleinen Geschichten. Äh, und ich finde einfach, Mario Kart 8 sieht einfach epic aus. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr Mario Kart 8 bis jetzt findet. Ich finde es genial. Es sieht richtig nice aus. Und Smash Brothers bin ich noch... Bin ich noch nicht so... Von der Meinung her weiß ich es noch nicht. Aber, ja. Ich glaube, das wird alles gut. Aber die Direct war wirklich gut. Es wurde dann noch was vorgestellt für... Für Wii Sports Club U. Aber der gefällt mir nicht so. Also ich bin da jetzt nicht der Fan davon. Aber es wurde auch vorgestellt. Und jetzt, grandiose irgendwas. Oh, sieht nice aus. Ja, grafisch einfach... Ich kann es nur immer wieder sagen, wie mir dieses Spiel einfach grafisch gefällt. Ja, hey. Ja, gib das mal her. Ich habe da überhaupt kein Problem. Nein, nichts. Gar nichts? Ja, also. War es, das war es? Jetzt dachte ich schon, ich habe das Mega Siegfried entdeckt. Und dann sind es nur Münzen. Aber richtig geil hier. So mit dem Sonnenuntergang-Feeling. Aber man muss auch sagen, die Katze ist sehr... Wow, die Glocke sieht epic aus. Und die Katze ist schon sehr overpowered in diesem Spiel. Aber das ist schon immer Nintendos Schwäche gewesen. Wenn sie sowas machen... Okay. Ah, siehste? Siehste? Genau deswegen habe ich es gemacht. Genau deswegen. Weil ich gedacht habe schon, dass das passieren wird. Komm, rüber, 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 rüber. Komm, du schaffst es tot. Oh, tot. Mach keinen Fehler. Star number one. Okay. Und ab nach oben. Oh, aufpassen. Ich dachte schon. Bams. Okay, bam. Bam. Oh, das sieht wirklich nice aus. Äh, ein paar Neuigkeiten gibt es. Die alten Items, also wie der blaue, man sagt die Esterbombe, oder blaue Panzer, wie man ihn auch nennt. Ist ja alle verschiedene Namen.